Willkommen zum nächsten Adventure Map, oder zum zweiten Teil einer Adventure Map von Wigment Plays, heißt das glaube ich jetzt. Nicht mal Wigment LP, sondern Wigment Plays, glaube ich. Steht im Titel, meiner Fresse. Oh, 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 ich habe ein Schwert bekommen. Oh, ich hätte das Buch weggeworfen. So, nein, die Brust anziehen. So, dann lesen wir mal erstmal durch. Idyll, Yippie, Randnotiz. Errungenschaft freigeschaltet, Kinderüberraschungseil. Sie werden im Verlauf immer wieder auf Dispenser treffen. Es ist immer eine Überraschung, ob sie nun Rüstung oder was zu essen kriegen. Oder ob sie ein Monster bekommen. Ihr Ziel ist es nun, die Lever auf den Edelmetallen zu finden. Viel Erfolg hierbei. Errungenschaft freigeschaltet, auf ein neues, neue Quest erhalten. Was für eine Scheiße. Es geht wieder einmal los. Die Scheiße beginnt von neuem. Warum die Scheiße? Na, ganz einfach. Sie müssen jetzt wortwörtlich der Scheiße entgegentreten. Suchen Sie in der Kanalisation nach der guten Frauke. Ja, so böse bin ich, dass ich sie in der Scheiße wühlen lasse. Aber kommen wir zu den Regeln. Keine Blocker abbauen, es sei denn, es wird eben gesagt. Dispenser darf nicht ausgeplandert werden. Lassen Sie Musik im Hintergrund laufen. Das hebt die Stimmung. Haben Sie viel Spaß, auch wenn Sie Frauke bereits tot sein könnte. Aber ich ignorieren Sie den Schluss. Dispenser mit Wasser drin sind Checkpoints. Ich habe sie beobachtet. Sie haben sich eigentlich sehr gut geschlagen. Machen Sie weiter so und bleiben Sie so awesome. Randnotiz. Oh, hätte ich glatt vergessen. Sie sollten auf einfach spielen und als alle vier Schalter finden. Es sind nicht nur Edelmetalle. Es sind Gold, Eisensmarkt und Diamantblöcke. Sie sollten wirklich alle vier betätigen. Wirklich alle 193 Schalter. Nein, steht da gar nicht. So. Oh, ich werfe immer mein Buch weg. Ja, ich fail hier auf ganze Linie. Oh, 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 nein. Ah! So. Falsch, falsch, falsch. Falsch. Fangen wir mal damit an. So. Das ist einfach mal so random aus meiner Playlist Hintergrundmusik von Minecraft. Na. Hi, hi, hi. Ich muss sie finden. Papp. Ah! Ha, ha, ha. Mond stieß. Ich muss noch auf einfach stellen. Ach, ist gestillt. Noch ein Monster. Ich heiße doch Monster. Ah, noch mehr Monster. Au, sie hauen mich. Ach, ich habe ja ein Schwert. Ha, ihr habt gar nichts gegen mich. Könnt ihr machen. Ich bin der König. So. Da hätten sie jetzt die Spinniers. Die töten wir jetzt einfach mal. Pam. 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 Pam, 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 pam. Na, okay. Hallo. Oh, man, da kommen ja nur Monster. Von wegen Rüstung und Essen. Ich bin voll verarscht, der Mager. Von wo? Warum sterbe ich gerade? Ach so, ich war vergiftet oder so. Ach du Kacke. So, wir haben ein Buch. Fail. Ergungstaffer geschleitet. Brille? Vier Mann. Sie sollten nur die Elemetalle suchen. Keine Wolle. Das muss bestraft werden. Muhahaha. Hust. Entschuldigung. Brille, Vier Mann. Finde ich gut. Da ist ein Schalter. So. Dazu gab es... Alter. Randnotiz. Bla, bla, bla. Fail. Yay. So, die ziehen wir an. Lesen das Buch. Yay. Ergungstaffer geschleitet. Edelmetalle. Glückwunsch. Sie haben einen der Lever gefunden. Das muss gelobt werden. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank. Wie lieb von dir. Na, 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 na. Wo muss ich denn hin, verdammte Kacke? Wir gehen mal in die Richtung jetzt. Na, na. Na, na, na. Mein Schwert. Ah, hier ist ja auch ein Eisen gewesen. Wir gehen in die Richtung. Einfach, weil wir es können. Spinnis. Ah. Stiefel. Ich befinde jetzt mal meinen Schwert, wenn ich Q drücken will. Irgend Inventar öffnen. Aber das ist ja eigentlich wegwerfen und nicht Inventar öffnen. Und Inventar habe ich mir mal so etwas mit meiner Maus geöffnet. Aber das ist irgendwie jetzt gerade weggestellt. Da muss ich immer E drücken. Und dann werfe ich aus Reflex immer was weg. Ist doch gut erklärt. Ah. Ein Goldapfel. Und meine Krone. Ah, da ist noch ein Schalter. Pfui. Bah. Gut. Dann fehlt uns einfach nur noch ein Schalter, ne. Alter. Okay, wartet mal, Leute. Ich gebe mal eben Steam auf. Immer wenn ich aufnehme, werde ich in Steam angeschrieben. Alter. Und dann denken sich alle Leute, ist das bei mir gewesen? Und ich sage so, nö. Und dann alle so, doch. Und dann ich so, nö, doch. So. Lalalalalala. Eigentlich habe ich jetzt alle Schalter betätigt. Ich muss mal was essen, ne. Bam, 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 bam. Ich frage mich jetzt nur, wo sich was geöffnet hat. Ähm. Und der Witz jetzt. Wir sind kluge Jungs, Leute. Wir sind kluge Jungs. Auf in die Freiheit. Auf in die Freiheit. Mit viel Fantasie. Los. Downloading. Los. Oh, wo sind wir jetzt? Oh, Wolle. Da hat jemand mit. Wollt ihr das gespielt? Ne. So. Na, 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 na. Ah, Truhe. Ich Arsch. Ja, das bist du. Quests abgeschlossen. Was für eine Scheiße. Neue Quests halten. Epileptische Natur. Hallo, Herr König. Ich bin es wieder. Einmal. Sir, Mr. Dr. Meat, Wigman Place. Okay, du kannst mich auch einfach Arsch nennen. Also, dann zieht es es, auf die Spitze zu gelangen. Vielleicht dort ist dort ihr Hasi. Vielleicht ist ihr Hasi ja dort. Ja, das wird auch mal beautiful. Portal. Ja, ich habe, läuft ja gerade der Portal-Zong. Arsch vergeschaltet Lados von Portal. Passt irgendwie gerade. Ja, alles ist ein wenig am Portal angelehnt. Ich bin fies und manipuliere, während die schwitzen müssen, um etwas zu erreichen. Alles soll aussehen wie Natur und Sonne und Himmel und Baum. Random. Was? Random Randinfos. FTV. So. Ich darf jetzt ganz toll hier diesen lustigen, super geilen Turm hinaufklettern, ne. Hat er extra für mich gebaut. Vielen Dank für diese Schrott-Scheiße. Weil ich hier eh nur runterfallen werde. Verdammte Kacke. Alter. Hopp. 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 So viel Redstone, das blinkt. Das macht mein Kopf Aua, Aua. Kennt ihr jemanden mit DxTowy aus? Immer wenn ich das öffne und aufnehmen möchte, schließe ich einfach mal mein Spiel. Jedes Mal. Egal bei welchem Spiel. Ja, irgendwie doof. Naja. Aber ich nehme mir gerade mit Traps wieder auf. Das geht ja hier bei Minecraft gut. Noch. Na, na, na. Hallo. Wie wär's mal mit Checkpoints, du Affe. Und wenn ich runterfalle, bin ich tot. Nein. Natürlich auch kein Too Many Items drin oder so. Na toll. Ich muss jetzt eigentlich nur einmal runterfallen, dann bin ich tot. Oh, ich hab nur so ein Checkpoint gehabt, jetzt. Und am Bett. Oh, nö. Hier durch. Ah. Oh. Ah. 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 Ich lebe noch. Ich hab voll Schiss, ey. Blut? Nur von wem? Muhahaha. Arunschalt freigeschaltet, demotiviert. Sie ist schon weit gekommen. Aber schauen Sie doch mal, was ich in der Truhe hab. Von wem könnte das bloß sein? Nicht von Heiji. Könnte Heiji niemals was antun. Und noch ein Stück hoch. 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 Ein Checkpoint. Oh, wie nett. Ich fress mal einen Goldapfel. Checkpoint. Instruktion. Guten Tag, der Herr. Hier bedarf es einer kurzen Erklärung. Hier drin erwarten Monster auf sie, die sie bekämpfen müssen. Aber nur so lange, bis alles in der Luft geht. Heißt, Raum betreten und so lange Viecher kehren, bis es kracht. Ich will ja gerne rein, aber es sind so viele Monster, ich komme gar nicht durch. Ja, mit Creeper und so, ne? Ich will mich doch verarschen. Ja, jetzt hat es gekracht. Alter. Au. Ah. Ich lebe doch. So. Und jetzt? Muss ich wahrscheinlich hier hoch. Habe ich natürlich sofort erkannt. Genius Pick. Errungsschaft vergeschaltet, implosiv. Wie wagen sie es? Wie wagen sie es? Sie zerstören meine Testkammer? Ja, ich denke, sie haben es schon geschnallt. Alles, was ihr tun soll, ist für meine psychologischen Studien helfen. Wie? Sie haben das nicht bemerkt? Na, dann sollte ich mir versuchen nochmals durch den Kopf gehen lassen. Achso, die Versuche nochmals durch den Kopf gehen lassen. Ah. Ach, Dana. Wahrscheinlich. Hier oben, diese Köpfe müssen sterben. Ach, Knöpfe. Ja, die Köpfe müssen sterben. Man hat mich an Skyrim. Hat Spaß. Den habe ich. Den auch. Ich habe eine Explosion. Achso. Ich kann jetzt weiter. Ganz viele. Einfach rennen erstmal, würde ich sagen. Ich weiß nie, was passiert. Alter. Haben wir es bald? Ich verarschen. Das ist gar nichts. Hä? Ich habe auch nichts bekommen, oder? Ich habe nichts bekommen, oder? Ich werde mal zurück. Äh. Ach, da ist ja ein Buch. Aber ich hätte da reinfallen sollen und das Buch... Ah. Ja, jetzt ist es zu spät. Ich will das Buch haben. So, ich hätte da echt reinfallen sollen. Entschuldigung. Das nächste Mal. Ohaha. Instruktionen. Was habe ich bekommen für ein Buch? Edel. Fail. GP. Yay. Portal. Nie. Wahrscheinlich nie. Klopp. Edel. Warum war ich wieder edel? Ich wollte doch nie haben. Das da. Errungstaffer gestaltet. Endloser Gang. Auch wenn sie jetzt die Testkammer verlassen konnten, seien... ...wären niemals frei. Niemals. Okay. Hey. Ich lebe noch auf. Stopp. Stopp. Sie end mit einem Herzchen. 20.000 Leute, die sie bereits lieben. Das steht überall. Ganz oft. Nimm überall mit. Schleimer. So. Na, 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 na. Na? Na, na, na. Ah. Quest abgeschlossen. Epileptische Natur. Neue Quest erhalten. Raus hier. Sie suchen ihr Hasi. Nur, nie werden sie selbst wieder frei. Alter. Lass mich. Ich kann nicht lesen. Sie suchen ihr Hasi. Nur, wie werden sie selbst wieder frei? Das erfahren sie im nächsten Part. Ich hoffe, sie hatten Spaß beim Durchzocken. Hoffentlich war es nicht zu schwer. Rückblick. Sie haben letztes Mal ein wenig gefehlt. Aber sie haben meine Map gezockt und mich unterhalten. Und das ist mehr wert als alles andere. Danke dafür. Sie haben letztes Mal eine Arosa vergessen. Sie war im Lorenzschacht. Auf dem Weg zur Kanalisation. Vielen Dank. Und erneut einen dicken, fetten Gruß an Hasi. Das Tag-Video hat mich unterhalten. Und wenn möglich auch Arden Sombie. Er ist auch awesome. Wenn sie wollen, gibt es das nächste Mal eine Map für euch drei. Das wäre cool. Aber das war jetzt wirklich. Liebe, fette, dicke, hochachtungsvolle Grüße aus der Schweiz. Regiment Place. So, das war wieder, das war der zweite Teil der Map. Ich schaue schon auf den dritten Teil. Drei-Player-Map weiß ich nicht. Das ist immer schwer alles zusammenzubekommen. Ich muss halt immer alle Zeit haben und so. Deswegen kommen auch selten Maps für dich zu zweitenspielen. Weil ich immer dann die Leute suchen muss. Ja, danke für die zweite Map. Ich fand es auch wieder awesome gemacht. Gebt der Map auch wieder eine Messzensur sozusagen. Ich fand die wieder cool. Ein zweiter Teil. Ich schaue schon auf den drittenen auf jeden Fall. Danke für die Maps. Geht alle auf Regiment Place. Abonniert ihn und bis zum nächsten Part. Tschüss.